Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Exit 8. In diesem Spiel ist es so, du bist hier in einer U-Bahn-Station und musst Anomalien finden. Ich weiß ja nicht, wo die eintreten so richtig. Tür, Licht, Bilder, 10 von 10, 3000 Yen, irgendwelchen Make-up, Personal, ui, neue Haustiere. Alter, warum ist das jetzt so arschhell? Ui, 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 ui. Das ist, achso, das ist, das ist aber nicht gewollt, oder? So, hä, Zahnarzt. Okay, Zahnarzt, vielleicht ein Jobcenter, Tierarzt, was auch immer. Make-up, Filme und Security-Kamera. Okay. Dann sind hier drei Türen und zwei Luftdinger. Ich frag mich, warum das dunkel wird. Und No Smoking, nicht rauchen. Okay. Ah, toll. So, da muss hier irgendwas sein. No Smoking. Zahnarzt. Jobcenter, Tierarzt. Was auch immer. Make-up. Was passiert, wenn ich mich hier rein stelle? Aha, du kommst nicht an mir vorbei, ha? Du kommst an mir nicht vorbei. Ha, 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 ha. Okay, ich lass den einfach mal. Das war der sauer und haut mir ihn ins Gesicht. So, Movie. Security-Kamera. Okay, da sind wieder die Türen. Halle. Mhm. Okay, weiter. Ist bestimmt nichts. Okay, weiter geht's. Wieder Smoking. Ist immer noch null. Ich gehe, falls hier nichts ist, gehe ich dann mal rückwärts. Okay, Zahnarzt, Jobcenter, Tierarzt, was auch immer. Make-up, Filme. Gut, dann gehe ich jetzt mal direkt zurück. Mal sehen, was passiert. Warte, ich gehe einfach mal weiter geradeaus. Okay, nee, mhm. Okay, dann gehe ich halt mal weiter. Der ist weg. Ah, nee, da kommt er wieder. Zahnarzt, Jobcenter, Tierarzt, Tür, Luftschacht. Nachts, immer noch Halle, was auch immer. Wie ist immer, Make-up, Filme, auch. Was passiert? Warte mal. Ich lauf mal mit ihr mit, ne? Ich will mal wissen, was passiert. Du mit deinem Aktenkoffer-Typ. So heißt du jetzt bei mir. Ah ja, guckst auf dem Handy. Na dann, was haben wir denn hier? Nanopark, Mission New High School, Yonango-Tempel, Narita-Bloodk und Happy Gong Kurs. Dann wird das immer so hell. Hilfe. Nichts rauchen. Immer noch Halle, irgendwas für die Türen hier. Irgendwas hier bewegt, nein. Hm, okay. Und ich bin halt ein bisschen erkältet. Wieso ist es immer noch neu? Okay, was steht denn hier? Okay, das erste steht, übersehen Sie keine Anomalien. Okay. Okay, das zweite, wenn Sie Auffälligkeiten feststellen, kehren Sie sofort um. Okay. Wenn Sie keine Anomalien finden, kehren Sie nicht um. Okay, soweit erstmal gut. Und Ausfahrt 8, verlassen. Okay, hört sich bis jetzt noch ganz gut an. Mal sehen, was wir jetzt so finden werden. Ich hoffe, die sind übersichtlich. So, okay. Los geht's. Okay, nicht rauchen. Der Typ schon wieder. Äh, Zahnarzt, Jobcenter, Tierarzt. Was steht da oben? Immer noch Halle. Okay. Bei dir ist noch alles in Ordnung. Gut, irgendwas. Make-up, Film. Security-Kamera open. So, dann die Türen. Und zwei Luftschächte. Okay, hier passiert nichts. Smoking. Habe ich's geschafft. Jetzt steht da eine Eins. Ah, wieder das Gleiche. So, mal sehen, ob ich's durchschaffe oder mal noch einen zweiten Teil machen müssen. Äh, No Smoking. Zahnarzt, Jobcenter, Open Vault, der Typ, irgendwas. Make-up, Film, Kamera. Immer noch Halle. Irgendwann dreht er sich um, ey. Ich seh's kommen. Ach! Was haben wir denn hier gefunden? Das hier ist komplett falsch. Hm. Geh ich jetzt weiter oder kehre um? Ach, was kehre ich wieder zurück? Du bist immer noch da. Jetzt bin ich schon bei der Zwei. So, was passiert denn hier? Okay, Air-Typ, No Smoking, Zahnarzt, Jobsender, Tierarzt, irgendwas, Make-up, Filme, Halle, irgendwas. Bei ihm irgendwas. Das Handy, Aktenkoffer, was auch immer was da drin ist. Nichts, okay. Das Plakat hier. Nö. 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 Irgendwas an der Tür. Hm, nein. Gut, dann darf ich weitergehen. Was? Oh nein, es war irgendwas. Ich weiß aber nicht was. Kann ich wieder zurück? Nee, ne. Bestimmt jetzt wieder alles normal. Ah, okay. Was hab ich... Irgendwas hab ich übersehen. Na, Trolle. Gut, dann wird's wahrscheinlich doch noch in die Länge gehen. Jawoll. Okay. Nicht Smoking. Zahnarzt, Jobcenter, Jobcenter, Tierarzt, was auch immer. Bestimmt seid ihr hier ne... Boah, Alter. Immer wieder so hell. Okay. Ist auch in Ordnung. Weißes Plakat, sag ich jetzt einfach nur. Make-up. Filme. Duo irgendwas. Nein. Tür. Auch alles in Ordnung. Dann darf ich weitergehen. Nicht rauchen. So. Ah, jetzt. Okay, ich muss sogar auf den Boden achten. Vielleicht kann sich da noch was ändern. Zahnarzt. Jobsender. Tierarzt. Okay, ich werd das jetzt nicht alles nochmal aufzählen. Ich weiß ja jetzt... Irgendwas bei ihm hier? Nö. Ah! Ach so, dachte jetzt schon, hier fährt ne Tür. Hast du dich grad bewegt? Ne, gut. Wer ist es von auf null? Aha, zwei. Hab noch meinen Rekord noch nicht geschlagen, ne? So, Zahnarzt, Jobcenter, Tierarzt, weißes Plaket. Okay, ich renn zurück. Das ist doch wirklich übersichtlich. Ha! Die drei! Oha, Dinger. Die Sounds sind sehr gut. Also, ich weiß, dass da hinten jemand steht, ne? Warte, was passiert, wenn ich da hingehe? Oh! Oh! Lauf, 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 lauf! Oh mein Gott! Oh, der redet mir hinterher! Was, was? Oh, Junge! Ah! Hab schon geskippt! Sehr schön! Also ist hier irgendeine Anomalien. Ich will aber rausfinden, was ist es, weil hinter mir jetzt die Fünf auf einmal ist. Oha! Oh! Lauf, klatsch doch mal zu, Junge! Fünf! Okay. Sehr schön. Hä? Jetzt bin ich sehr überfordert. Da standen doch die Fünf, oder? Oh nein! Okay, es hat irgendwas reagiert, und seitdem ist es jetzt irgendwie so komisch. So, eins. Da standen die Fünf. Na, super. Okay, Zahnarzt, Jobcenter, Halle, Türen, irgendwas. Ah! Habt ihr vorhin jetzt die komischen Augendinger gesehen, die so dünn waren? Ich glaube, das war eine Anomalien. Oha, Digga, man muss ja komplett aufpassen. Kann ich ja nochmal was einblenden, wie es da aussah. Auf jeden Fall bin ich schon bei der Zwei. Ähm, No Smoking. Okay, das ist sehr übersichtlich. Ist das was zum Trinken, oder nicht? Ich will es nicht rausfinden. So, drei. Ich spüre, dass hier irgendwas kommt. Also, die Bilder sind immer noch gleich. Der Text ist noch gleich, die Tür ist noch gleich. Ist bei ihm noch alles gleich? Gut, bei ihm ist noch alles gleich. Hier, was bei denen? Nö, auch nicht. Okay, dann darf ich weitergehen. Die Vier. Okay, die Vier. So, was haben wir denn hier? Nicht rauchen. Zahnarzt. Job-Sender mal bitte. Steht hier oben irgendwas? Was? Nö. 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 Jetzt sind wir bei der 5. Oha, pass auf, dann kann ich das durchspielen. Der rennt schneller. Öh, der kommt auf mich zu! Hilfe! Öh, renn doch mal! Öh, lass mich in Ruhe! Gut, hier ist er wieder normal, ne? Ich wusste es, der rennt auf mich zu. Ich hab's noch gesagt. Immer noch Halle. Bei den Bildern irgendwas. Nö. Abstand, mein Freund, ne? Abstand. Okay, hier ist nichts. Auf was auf dem Boden? Nö. Okay, dann darf ich weitergehen. Wie, hier steht jetzt die Null? Öh, was war's? Ich hab's nicht gesehen. Oha, ich weiß... Ich hab's jetzt wirklich nicht gesehen, was da war. Ey! Ich weiß nicht, echt. Ich weiß nicht, was da war. Wirklich, ich weiß da wirklich nicht, was da war. Oha, ich fahr so gut! Okay, alles noch normal. Bist du normal? Bist du normal? Er hier normal? Der ist auch normal. Die Tür normal? Geh doch mal aufs Weg. Okay, danke. Du normal? Nö. Dann darf ich weitergehen. Und da steht jetzt die Zwei. So, weiter geht's. Ah, die Lampen. Ja, mich kann man nicht hier verarschen, ne? Obwohl es schon zweimal passiert ist. Ha! In diesem Spiel muss man sehr... In diesem Spiel muss man sehr aufpassen. Uh. Wir hatten hier euch eingeladen, ey. Ich fühl euch... Bin ich jetzt tot? Ah! Bin gestorben. Nice. Okay, weiter geht's. Kann hier schon eine Alomanie auftreten? Ne, ne? Na, du work. Boah, Junge. Irgendwann wecken sich mal die Augen hier. Also, ich hab schon mal ein paar Videos angeguckt. Aber jetzt auch nicht komplett. Hm. Wo ist denn hier eine Anomalie, hä? Wo ist hier eine Anomalie versteckt? Ja, wir hatten so viel Langeweile gehabt. Könnte safe ich gewesen sein, ey. Na gut, na gut. Geh mal zurück. Genau, jetzt steht hier wieder die Eins. schon wieder R her. Ja, ja. Ja, ist sehr komisch draufzum. Ehrlich. Okay, das ist auch noch einmal in Ordnung. Bist du normal? Du bist normal. Das ist normal. Und dann darf ich weitergehen. Dann steht jetzt hier die Zwei. Okay. Ich hab was, ich glaube, schon gehört. Egal. Zahnarzt. Jobsender. Alles noch beim Alten. Das ist noch gut. Das ist auch noch gut. Ja, hier noch in Ordnung. Hier ist auch noch in Ordnung. Ich glaube, da gehe ich garantiert nicht rein. Ich hab keine Einladung zu einer Party bekommen, ne? Deswegen gehe ich nicht dort rein, ne? Hätte ich eine bekommen, hätte ich dort reingegangen. Ey. Geh aus dem Weg. Ja, schon wieder. Okay, nicht rauchen. Okay, das ist noch alles normal. Das ist auch noch alles normal. Die Türen sind alle normal. Die Plakate sind auch normal. Du bist normal. Gut, dann bleib ich weiter. Wow, Alter. Meine Kamera spannend. Okay. Das ist noch alles in Ordnung. Du bist auch noch in Ordnung. Das ist noch in Ordnung. Geh aus dem Weg. Du bist auch noch in Ordnung. Haben sich gerade Augen bewegt. ne ich blöffe wahrscheinlich nur gleich steht da bitte die Null ich sehe es doch, komm oh ne, die 5 ach je nicht rauchen Zahnarzt Jobcenter ok, noch da oben alles ist auch noch alles ah du kannst es nicht mit mir anlegen, ja ah, ich gehe wieder schön zurück kannst du vergessen, ey so, jetzt steht hier die 6 noch 2 brauche ich nicht rauchen das ist noch alles in Ordnung das ist auch noch alles in Ordnung du bist in Ordnung das ist in Ordnung dann gehe ich weiter ne, jetzt steht die Null hä, was ist das? warum? was übersehe ich denn hier? oh alter ja, herein ich bin ich bin nicht zuhause ich bin nicht da ey ok, nicht rauchen ich gucke immer hoch, weil ich mal im Video gesehen habe, dass die Schrift dort oben auch ändern kann du bist in Ordnung du bist in Ordnung du bist in Ordnung alles in Ordnung gut, dann darf ich weitergehen ey, ich war gerade bei der 6 Mann ach, was war da? ich hab's nicht gesehen ok, das war alles dort in Ordnung du bist in Ordnung das ist in Ordnung die Augen sind in Ordnung er hier ist in Ordnung gut, dann darf ich weitergehen Hilfe so ok, das ist noch alles in Ordnung das ist noch alles in Ordnung ist auch noch in Ordnung dann darf ich weitergehen ey, ich hoffe, dass das jetzt alles in Ordnung ist wenn da wieder die 0 steht hä? für ich der, ich kapier das irgendwie nicht gerade ey, das ist doch ziemlich einfach hier doch was zu finden oder bin ich gerade wirklich ah oh was steht da? ich kann's nicht entziffern da muss ich mal um einen Handstand machen ah, ich geh da nicht weiter ah, Halle ok, dann warte ich mal hier weiter so so, jetzt wird er mal die 1 ok turn the bag turn the bag turn the bag ha sag doch die Schrift kann sich ändern dann gehe ich zurück oh, jetzt steht da die 2 ً also es ist so wie die bag rooms irgendwie Du bist normal, du bist auch normal, das ist alles normal. Da muss jetzt die 3 stehlen. Ja. Nicht rauchen. Okay, alles normal. Das ist normal, das ist auch normal. Türen sind normal. Er ist auch normal. So, da muss jetzt die 4 stehlen. Bingo. Hier passiert aber da irgendwas. Ich ahne es doch. Hier ist auch nichts. Hä? Du bist in Ordnung, die Türen sind in Ordnung, das Bild ist in Ordnung, Luftschächte sind in Ordnung. Dann darf ich weitergehen. Ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Gut. Ich check das nicht. Rufst du da jetzt schon wieder die Null? Ich kapier das echt nicht. Ich frag mich echt, was ich übersehe. Okay, erst noch mal. Das ist auch normal. Ich check das nicht. Was ist denn hier los? Achter, achter, zwei. Oha, Digga. Immer wieder das helle, ey. Okay, das ist alles normal. Du bist normal. Das ist normal. Wann die Kamera schon immer dort oben? Ich kann mich nicht erinnern, ne? Deswegen geh ich zurück. Yes! Die Kamera war nicht da oben. Ich bin gut. Doch, da ist eine Kamera, aber es ist aus. Ah, jetzt sehe ich's auch. Okay. Das ist auch noch alles in Ordnung. Die Türen. Okay, ich dachte, die Luftschächte sind irgendwie verschoben oder so. Schon wieder die Null, ey. Ich sehe nischt, ey. Ich könnte ja in die Kommentare schreiben, was ich hier überall übersehen habe. Vielleicht die Schrift hier. Aber eigentlich sehr unwahrscheinlich. Ich weiß nicht. Gut, dann gehe ich zurück, ne? Der guckt mir immer noch ins Gesicht. Ih, die ganze sieht voll komisch aus. Okay. Wenn man auf den Dauert Zigarette... Achter, achter... Das ist auch noch alles. Das ist auch noch alles. Das ist auch noch alles. Ey, wenn sich da diese Form ändern, ey, das ist fies, ne? Ach, zwei. Fangen wir mal wieder von vorne an. Ich gucke immerhin um die Ecken. Er weiß, was da ist, ey. Irgendwas an der Tür. Ne. Ne. Kamera aus. Okay. Immer noch drei. Irgendwas. Hilfe. Drei. Oho. Wir waren schon bei der Sechs. Okay. Wieder nicht Zigarette. Okay. Okay. Aha. Das ist aus. Das steht immer noch da oben. Der hat das Handy noch in der Hand. Ach, da fehlt die Tür. Ha, ha, ha. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Mensch, das muss doch jetzt ein Durchgang hier sein, ey. Okay, nicht rauchen. Achter, 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 achter. Achter, achter, achter. Okay, das ist immer noch gleich. Bei ihm irgendwas. Nö. Auch noch alles gleich. An der Tür irgendwas. Zurück, 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 zurück. Alter, hab ich ein Herzkasper bekommen grad. Oh, ho, ho, ho. Ai, 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 ai. Oh, ey. Ich hab grad übelst Gänsehaut, ne? Oh, das ist ekelhaft irgendwie, das Spiel. Aber auch sehr gut gemacht. Okay, die Türen sind alle wieder normal. Das ist wieder normal. Der ist auch normal. Was ich noch gucken wollte, ist... Okay, immer noch achter, achter. Okay, dann geh ich mal grad aus. Ai, 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 ai. Sechs! Yeah! Okay, komm. Noch zwei. Okay, nicht rauchen. Achter, achter. Jobsender. Warte mal. Die Pfeile. Okay, das ist immer noch gleich. Du bist auch noch gleich. Okay, wenn da jetzt die Null steht, dann... Warte, das... Dieser Pfeil. Komm schon, bitte keine Null, bitte keine Null, bitte keine Null. Ehh, ach, egal. Aber nichts morgen. Alles nochmal. Zeig mal ja. Okay, das war nicht der Pfeil. Hä, was war's denn dann? Das war doch bestimmt bei dem Typ irgendwas. Ich versteh's echt nicht. So, eins. Nicht rauchen. Zahlers Jobcenter. Höh! Okay. Das ist ja übelst ekelhaft. Was ist das? Ist das Gesicht da? Das Sache ist ein Gesicht da. Wir hätten so viel Langeweile gehabt und jedes einzelne Kachel fällt mit Gesicht zu datschen, Alter. Oh, war ja. Oh, war ja. Yeah. Okay, hier könnte Wetteres irgendwas passieren. Okay, warte mal. Okay, warte mal. Machen wir noch Achter, Achter, ja. Bei ihm hier. Handy, noch alles da. Perfekt, ist noch alles da. Die Türen. Ist auch noch alles da. Ist auch noch alles da. Auch noch alles da. Auch noch alles da. Holy shit, ey. Und es ist wieder auf der Null. Na, super. Gut, einmal mach ich noch. Wenn es wieder bei der Null ist, dann mach ich das nächste Mal weiter. Control. Okay, immer noch Halle. Bei dem Typ, ne. Auch nicht. Okay. Habt's dich im Auge. Sonst sprechen wir uns unter die vier Augen. No smoking. Okay, das ist immer noch da. Das ist auch noch alles da. Das ist auch noch alles da. Das ist auch noch alles da. Ich glaube, das Licht geht aus, oder? Nein. Ey, ich kapiere es echt nicht, ne? Gut. Ein einziges Mal mach ich noch. Hä, was ist das aber? Nicht rauchen. Okay. Türen. Kamera. Typ. Typ. Nichts. Gut. Dann geh ich weiter. Das bleibt bei Null. Okay, einmal noch. Ein einziges Mal auch. Oh, ich weiß nicht, was ich hier übersehe. Ehrlich. Vielleicht sehe ich das in meinen Videos bestimmt. Wenn ich das Video selber angucke, da sehe ich das bestimmt. Dann würde ich das nächste Mal aber einblenden, was ich nicht gesehen habe. Das gibt's doch nicht. Das ist eine Verarsche. Nein, Spaß. Aber wow, Digga. Das ist wirklich blöd. Dass ich sowas nicht erkenne. So, wieder dieses Smoking-Raum. Okay. Jetzt gucke ich auch hier auf das Gelbe. Okay, das ist auch noch gleich. Die Augen sind noch gleich. Der Typ. Auch noch gleich. Ich check's echt nicht, ey. Das ist die 2, okay. Das gibt's doch. Okay, tschüss. Ihr habt nichts gesehen. Ihr könnt euer Ding machen. Nehmt euch vielleicht noch ein Zimmer vielleicht dazu. No Smoking. Ist immer noch die 8. Irgendwas an der Tür. Nö. 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 Ist immer noch 8.8. Ja. Gut, da darf jetzt nämlich keine 0 stehen. Wenn da eine 0 steht, dann habe ich wieder irgendwas übersehen. Digga, das orientiert mich da. Das ist in der Ecke. Naja, okay. Dann habe ich wieder was übersehen. Gut, dann beende ich jetzt erstmal hier das Video. Schreibt's in die Kommentare. Abonniert diesen Kanal. Lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Mach's gut. Und tschüss.